Ah, hi! Ich hab' mich gar nicht schick gemacht. Euch. Ja. Hm. Dieser Stimmbruch stand auf! Ja! Also, klickt bitte einmal den Abonnier-Button, sonst werde ich von Olivia hier im Hintergrund verprügelt. Und... Wie kannst du das ernst bleiben, Alter? Und Olivia Jones hat auch einen Channel... Ja? Oh, ich liebe, wie du sprichst. Pssst, jetzt hör mal auf kurz. Ja, zu Hause? Wo soll ich denn sein? Hahahaha! Hat er Ihnen das erzählt? Ah, die, du... Oh, Gott! Was? Wie soll ich denn das spielen? Wie soll ich denn das spielen? Jana, wie soll ich denn sein? Nur zu Hause? Wer ist Jana? Was denn los? Hahahaha! Was denn los? Hahahaha! Hahahaha! Was denn los? Was ist dein Ernst? Muss ich Geld mitbringen oder irgendwas? Was ist dein Ernst jetzt? Hahahaha! Sorry, äh... Das war nicht an dich gerichtet. Hey! Hahahaha! Du kleine Fotze! Hahahaha! Du... Ja? Brauchst du noch lange? Na ja, ich muss den Bericht morgen los schicken. Kannst du dir nicht nachher weitermachen, dass wir mal kurz ne... Hahahaha! Äh... Pause machen können vielleicht? Wenn du verstehst, was du meinst. Ja, ich schreib mir ein paar offene Nachricht. Und dann wird er das schon verstehen, dass wir ficken wollen. Ja? Sag mal, wie hast du dir das vorgestellt, Alex? Hahahaha! Hahahaha! Gut, ich freu mich auf jeden Fall an dich auch. Alex kann heute nicht. Der Hund ist krank. Fortschle. Hahahaha! Hahahaha! Ist das jetzt deine Angst? Hast du jetzt einfach aufgeregt? Spinnst du ein bisschen oder was? Ist das dein Ernst mich so zu ignorieren? Und was machst du denn jetzt so blöd? Hahahaha! Bist du behindert? Hahahaha! Meine Mutter hat's gar nicht gesagt. Das ist ein schlechter Film. Hahahaha! 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 Nicht mal 2.000 Abonnenten. Wenn du irgendeinen anderen Scheiß holst, dann nicht mit Bushido. Weißt du? Da guckt dir keiner zu. Hast du gerade so? Hahahaha! Oh mein, ich glaub ich muss mal pissen. Oh. Leute, auf geht's. Ich bin doch für dich da. Oh, du bist so süß! Hallo! Hallo! Daddy! Hahahaha! Was ist mit ihm los? Du denkst auch noch an das eine. Ich hab ein paar Scheiß-Tage gehabt und du denkst nur ans Bummern. Weißt du? Da hab ich auch keinen Bock mehr auf den Hobbit. So ein schönes Buch, aber nur ficki, ficki. Was ist mit ihm los? Das ist mit ihm los. Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm los? Hahahaha! 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 Oh my god... Oh my god... Oh my god... Oh my god, ich glaub ich muss mal pissen. Okay, ich bin doch völlig da. Kannst du mich wirklich fassern, wenn ich für mich nicht ganz hinsetzen, okay?